Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Cubenation Weihnachtskalender. Heute am Tag 22 besuchen wir das 22. Türchen, aber zuerst fragen wir unseren kleinen Schneemannkumpel. Wie geht es dir heute? Dir anscheinend nicht so gut, deine Arme hängen ja ganz runter. Warte mal, ich helfe dir. So, jetzt geht's dir wieder fröhlich. Und ich lese gerade im Chat, heute gibt, gestern gab es ja Mutsen. In Schnattelshütte heute anscheinend Apfelmus mit Knoblauch. Ähm, kann ich nur den Apfelmus... Ich, äh, nehme einmal nur Apfelmus. Mal gucken, wo ist denn Türchen Nummer 22? So viele Türchen sind ja hier. Ach, hier stehen sie schon. Ja, hier ist die 22. Apfelmus, Puderzucker. Aber ich mag doch... ...kein Knoblauch. Genau, Puzzle. Wir teilen uns das. Du die... ...Moblauch... ...so sönd ich den Apfelmus. Hehehe. 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 Er trank den Knoblauch aus. Hehehe. Oh nein. Hehehe. Ich hab das vergessen. Die Weihnachtsmusik. Die Weihnachtsmusik. Ist doch wichtig. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wir wünschen uns frohen Apfelmus mit Puderzucker und Knoblauchsoße. Dafür, Peppy. Wisst, ich war zu schnell. Egal. Egal. Leise rieselte Apfelmus von der Knoblauchsoße. Morgen kleckert sie auch, denn du stehst auf dem Schlauch. Ach, ich wollte hier, aber für ein Lied, dann nehmen wir mal das. Das hatten wir gestern nicht. Ba-ba-ba-bam-bam-bam-bam-bam. Um, um, um. Um. Okay. Schnattel tanzt, oh Schnattel tanzt die ganze Nacht auf Kaffeebohnen. Dann trinken wir, dann trinken wir den tollen Kaffeebohnen. Jaaa. Aber im Ende ist es... Na dann, 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 na dann... Was hast du hier für den Kopf? ja nie ingeblieben hallo rüstung spriten haben wir den rüstungs hg aus ja ich weiß sing bitte etwas der würfel rollt das heutige türchen nummer 22 mit den mousse puder zucker knoblauchsoßen lang muss die hatten wir schon die hatten wir schon also noch mal ja der öffnen darf nummer 24 quatsch durcheinander kommen nummer 4 glückwunsch zahlen so herzlichen glückwunsch an sanjotan falsches fenster herzlichen glückwunsch ist noch im chat ja noch ein lied zum abschluss der folge woho denn dann 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 ich wünsche mir doch viele langen aus von diesen ja das wollen wir zu weihnachten viele langen groß von zahlen los landlos von sanjos ich glaube ich rät quatsch aber das macht doch mehr spaß für mich doch bitte aufzuschubsen genau sucht ihr doch den tose genau sucht ihr doch den tose hallo schnattel es ein land so tschuldigung ist hallo sanjo jetzt nicht glückwunsch noch mal gucken wir die hier hier perfekt und das was er mit den kürchen heute. Türchen Nr. 22 ging an Sanjo-Chan. Wir sehen uns dann morgen am Türchen 23 wieder. Bis dann und ciao. Euer Jibisolaru.